Ich werde Ihnen beibringen, wie man tötet. Schnell, präzise, effizient. Der physische Teil ist leicht. Das Schwierige daran ist, zu lernen, wie man es wieder abschaltet. Die beiden Männer wurden eine halbe Meile von hier gefunden. Sie wurden mit einem Beil getötet, auf rituelle Weise. Er benutzt ein Messer, kein Beil. Bis jetzt wissen wir nicht, wie viele Täter es waren. Nur einer. Wollen Sie damit sagen, dass ein Kerl mit einem Messer die beiden Jäger getötet hat? Ja. Sein Name ist Aaron Hallam, Sergeant First Class. Woher kommt Ihre Beziehung zu Hallam? Ich habe ihn ausgebildet. Ausgebildet, um zu überleben. Ausgebildet, um zu töten. Die meisten seiner Opfer haben nicht mal bemerkt, dass er im selben Raum war. Hallams Gefechtsneurose sitzt so tief, dass sie Teil seiner Persönlichkeit geworden ist. Und es ist unmöglich, sie umzukehren. Ich habe ihn zudem gemacht und ich kann ihn stoppen. Ihr Bravo 6, ich bin vor dem Haus seiner Freundin. Wir suchen einen Mann namens Aaron Hallam. Miss Gravit, ist er noch hier? Was hat Aaron getan? Du musst von ihr fortgehen, du bist in Gefahr. Warum bin ich in Gefahr? Sie werden hierher kommen und dein Haus niederbrennen. Auf den Boden, sofort! Wenn Sie diese Linie überschreiten, sollten Sie bereit sein, mich zu töten. Zentrale, hier spricht Nummer 2. Wir haben einen verwundeten Agenten in Sektor Rot. Sektor Rot! Entscheiden Sie, wie viele Opfer für Sie akzeptabel sind. Das werden Sie kriegen, wenn Sie zulassen, dass diese Kerle meinem Jungen den Krieg erklären. Erinnern Sie sich an mich? consecutive Jahre. Diese Musik ist in Spokespersonen in des Edgents. ist von so Pocket zu sein, dass sie nur sehen können. Sie können diese Musik verpasst und craften,